Was ist die Politik der letzten Jahre? Das heißt, wenn man dann für die in der Dachse kriegt 6.000 bis 6.000 Völle von Fünningen, wir bauen da aber nicht mehr. 3.000 haben es da in verschiedenen Jahren sogar nach Mama. Und wir sehen natürlich, dass da den Druck auf den Fünningspreis immer mehr größer wird, weil der Markt da war, aber das verkündet nicht nur. Und wir sind der Meinung, dass wir unbedingt andenken müssen, dass wir das viel nicht konsequent müssen, dass wir dafür immer ja auch proposieren, dass wir das so tun. Wir müssen Platz, was die Perimeter auch macht. Wir kommen nicht mit alleine, für zu pitteln oder zu tritteln. Wir müssen auf verschiedenen Pläten eine Stadt nicht weit gehen. Das muss im Zusammenspiel gehen zwischen Gemengen und dem Staat, wo die Gemengen auch die Verantwortung nicht liegen. Und die müssen die auch vorher holen, und dadurch sind die ganze Partei zu machen. Ich spreche vom Bauperimeter und weiter. Ich meine, da tun wir auch schon ein paar Mal erinnern, dass die Engse beherrscht dann zum Beispiel mit denen, wo wir auch schon oft darüber gesprochen haben, über Baulücken an den einzelnen Gemengen. Ich meine, da gibt es auch noch Hauptbeispiele, wo die Gemengen, die Gemengen, ihre Wohnungen, in Lohn und Däden verbinden, also weitergehen, denen das mich dafür von euch bezahlt. So gehen wir ja auch hier schon in eine Richtung, die komplett faul ist. Ja, ich kann euch auch noch ein Beispiel nennen, dass der Gemengen durchkommt. Wenn du heute Gemengen diese Idee, dass sie für die Nähe nehmen, einem sozialen Wohnungsplatz zu dienen, dann sind alle gut in die Logikamente verkehrt. Und sie haben gesagt, wir halten es durch raus, wir wollen die nächste Woche zu dienen. Ich meine aber gerade, dass es auch eine Kompetenz von der Gemengen ist, dafür zu sorgen, dass sie leider nachher kommen. Und das, wo wir am Gesetz über der Bayer-Loyer steht auch, dass die Mengen verpflichtet ist, dort zu helfen. Ich meine, dass wirklich die Städte nicht mehr allein dran machen, was die Gemengen machen müssen. Dass die Städte auch die Gemengen müssen, die finanzielle Mittel geben, um die Infrastrukturen zu bauen. Und ich meine, dass wir einfach müssen, und da ist meine Meinung, das größte Problem, die richtige Volontät, weil es nur nicht so ist, für konsequent das Problem von Bundingsplanung zu bauen. Und ich meine, dass wir da wirklich nur im Paradigmen, wir wissen, und wir haben ja viel mehr im Domäne an der Politik kommt, müssen wir halt nur leid hören, die sich trauen, diese Hunde zu halten. Ich weiß nicht, dass die sozialen Bündungen von der gelockierten Lischee und in der Salariatskammer die gesucht wird, als der Staat gegen das Thema behandelt, wie ich stehe kann. Sie hätte gerne ... Sie hätte gerne zu fördern, ein kurzer von 14,5 Prozent für soziale Bündungen als in Lützburg und sie so noch, dass man an den Gemengen streflich, oder wirklich ganz streflich mit dem psychischen Limbogen und das in der Schrank die auch mal zu haben. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich meine, es gibt zwei enge Beispiele an der Terrain. Wenn ich vielleicht zwei positive Beispiele kann nennen, für Gemengen, die die Responsabilität vorhören, dann denke ich um Gemengen erst, ich denke um Gemengen Differling, die sich konsequent ersetzt, zu Differling mit einem Verkaufstil gebaut, dass ein Gemengen, die hier eine Specialität vorhört, ein guter Beispiel als auch Esch, die selber ein Parkimmobilier von bis zu 600 Pfundigen, die sie verlaut, mit einer Gemengen zu tun haben. Und dafür, als eng von den Überlegungen, die wir hatten, dass wir gerne hatten, dass ein Gemengen zu einem gewissen Prozent, 20 oder 50 Prozent, hier geschlagen, oblige hat, ihnen zu participieren, am Bau, am Schaffen für neue Logemetter. Für Abtaschen für soziale Schwerfamilien. Wir können dir erst vorstellen, dass ein Beispiel wie zum Beispiel Züdyckrich, ein Kitz, und so wenn man in den Gemengen denken, wo die Gemengen hinkommen hat, von Proprietären, von Wohnungen, man kommt, mir gibt es eine Garantie lokativ, wir bezahlen, dass wir zwölf Meilen lang die Weile haben, aber wir schauen, ob wir die Familien an die Wohnungen in Irak gehen, ob sie 6 Meilen zu wohnen oder nicht, die 2 Meilen gehen. Das heißt, könnte dabei mehr Sinn für die Wohnungen, die altständig in ganz Wettbewerb, für den Monatlich ein bisschen mehr umgehen zu können. Absolut, ich meine, dass die Projekte zu dir zu realisieren soll gehen, denn das genau das, was wir wollen. Wir haben für ein Jahr, also kürzlich, die Agences Immobilien sozial gegründet, die Empfang für die Städte, und die Empfang der Proprietäre sind, wir holen erst die Gestion von ihrem Logement auf, wir haben nicht an der Reihe, wir verlohen nicht, wenn die Reise zu einem niedrigen Loyer geht, dass wir doch können für eine niedrige Loyer weiterverlohnen, die heute aber kein Zuhause, kein Geld zu mir. Das war so ein Success, dass die Agences direkt überlaufen. Sie holen nur 100 Wohnungen, die sie überholen, und wir packen dann nicht mit. Also wir sehen, dass wir bis heute als Opfer, die Leute von den Proprietären sind, für die gute Hände. Und ich denke, das bringt ja gut ein Geld mehr. Wenn wir einmal von der Sonne in der Ausführung vorgehen, dann zählt immer wieder die alten Wünschen, dass sie voll los sind, dass sie in einem schlechten Zustand sind, weil wir alle mobilisiert werden. Und das ist eine Initiative, die zu dicker organisiert ist, total begrüßenswert, soweit ich verstanden, wie gut gemengt werden, dann kann man nicht autorisieren für die Praxis anzusetzen. So sind wir dabei ein anderes Thema, bei dem Thema der Prozedur, der Samplifikation Administrativ. Ich meine schon, dass das die richtige wäre.